So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil es gab ja die Top Rates mit Mega Requarza. Da habe ich schon gedacht, so ein Mist. Wieso machen die denn Top Rates? Kyoko, Groudon hatten in ihren Protoformen ja extra die Raid Days bekommen. Das war richtig cool. Mit Stream draußen einladen, Raid Tour machen, hin und her. Top Rates ist immer so eine Sache. Die meisten können die dann gar nicht spielen. Man kann sich nicht gegenseitig unterstützen. Man steht alleine da. Das ist halt Mist. Jetzt gab es aber wohl bei den Top Rates auch wieder Probleme. Also wurde schon ein Entschädigungsevent angekündigt zu Mega Requarza. Was genau das ist, wussten wir nicht. Wir wussten nur, dass es am Samstag, diese Woche Samstag, von 13 bis 18 Uhr läuft. Von 13 bis 18 Uhr läuft ein Entschädigungsevent diesen Samstag. Das war offiziell die ganze Zeit die Ankündigung. Jetzt gibt es einen Blogpost dazu. Den möchten wir uns mal kurz angucken. Mega Requarza kehrt zu einem besonderen Raid Event zurück. Mhm. Besonderes Raid Event mit Mega Requarza. Auf der ganzen Welt erscheint es erneut in Raid Kämpfen und schlüpft zu folgenden Zeiten. 3. August 11 Uhr. 3. August 13 Uhr. 3. August 18 Uhr. Ich verstehe wieder nichts. Ich meine, die Top Rates Zeiten waren 11 Uhr. Äh, 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 13 Uhr. Ne, warte mal. 11 Uhr, 12 Uhr. 17 Uhr, 18 Uhr. So ungefähr. Was weiß ich. Also 4 verschiedene Zeitdinger. Jetzt dachte man hier, okay, wenn das 13 bis 18 Uhr geht, dann gibt es halt 13 Uhr welche und 18 Uhr welche. Kann ja auch nicht sein, wenn das Event bis 18 Uhr geht, dass um 18 Uhr die schlüpfen, ist ja eigentlich vorbei. Also sehr, sehr komisch. Jetzt habt ihr aber 3 Zeitpunkte, wo das schlüpft. Und das Gute ist, was jetzt wirklich richtig cool ist, dass es keine Top Rates mehr sind. Also du musst nicht vor Ort sein. Du musst, es ist wohl nicht an X-Rate Arenen. Es ist, also so wie ich es jetzt verstehe, um 11 Uhr sind einfach überall Raiquaza Raids, Mega Raiquaza Raids, dass ihr schnell um 11 von Arena zu Arena ziehen könnt. Bam. Um 13 Uhr sind überall Mega Raiquaza Raids, dass ihr von Arena zu Arena ziehen könnt. Bam. Um 18 Uhr sind überall Mega Raiquaza Raids, dass ihr von Arena zu Arena ziehen könnt. Bam. Und könnt dabei einladen und könnt euch einladen lassen. Während ihr unterwegs seid, seht ihr, oh, der lädt ein, ich gehe rein, ich bin drin, ich lade ein. Also das ist auf jeden Fall cool. Also da muss man sagen, ja, was ich jetzt damit mache, weiß ich nicht. Sitze ich zu Hause und mache zu allen drei Zeitpunkten kurz Raids für Zuschauer, dass ich eben diese 45 Minuten Phase, wie das dann immer auf ist, nutze, um möglichst viele Leute zu einem Mega Raiquaza Raid zu führen. Gehe ich selber raus und renne von Arena zu Arena und versuche Raids zu machen. Aber ich habe ja keine Pässe. Es gibt leider keine freien Pässe zu diesem Event. Es gibt gar nichts. Ihr müsstet Pässe kaufen. Ich habe mir wieder ein paar Coins angespart jetzt aus den täglichen Arenen, aber da wird nicht viel rumkommen. Ich kann mir vom Vortag einen Pass aufheben, von dem Tag einen Pass. Da könnte ich zwei Raids machen an dem Tag vielleicht, aber das würde für mich jetzt nicht reichen, von 11 bis 11.45 Uhr draußen rumzurennen, mit Stream unterwegs einzuladen, den Chat nur ganz kurz zu sehen, Chaos und alles. Also das wird es glaube ich nicht. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, Raids für Zuschauer zu machen um 11 Uhr, um 13 Uhr und um 18 Uhr, um euch zu bieten, dass ihr zu den drei Zeitpunkten mitmachen könnt. Denn auch das Fanrate Limit ist erhöht von 5 auf 20 an diesem Tag. Ihr könntet also 20 Fanrates machen. Vielleicht ist da dem einen oder anderen geholfen. Immer 45 Minuten, kurz mal so ein Stream. Müsste schon drin sein. Also ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Oder ob ihr sagt, ihr habt genug von Mega Rayquaza und Rayquaza generell, dann ist das auch so. Sie entschuldigen sich hier nochmal für die Unannehmlichkeiten im Juni. Als Wiedergutmachung gibt es eben dieses Event. Die Begeisterung wissen sie zu schätzen. Der Eventbonus ist die 20 Fanrates. Und was noch besonders ist, es gibt eine kostenlose befristete Forschung, bei der man am Ende auch wieder einen Meteorit nachhält. Die ist dann links im Heute-Tab drin. Und der Meteorit ist wichtig. Denn nur mit Meteorit kann Rayquaza die Attacke Zenit-Stürmer erlernen. Und nur wenn ein Rayquaza die Attacke Zenit-Stürmer hat, kann er sich zu Mega Rayquaza entwickeln. Mehr steht hier nicht. Dann würde ich sagen, ist das eigentlich cool. Ich gucke mal, wie viele Coins ich bis dahin sparen kann. Weil in Gera war ich sehr verwöhnt, dass ich da einfach raiden konnte, wie ich Bock habe. Weil ich mir so viele Boxen vorher gegönnt habe von den Gratis-Coins. Jetzt mal gucken. Eigentlich bräuchte ich noch ein paar XL-Bonbons. Eigentlich müsste ich den Tag also nutzen und meine Coins für Pässe ausgeben, um Mega Rayquaza zu raiden. Dann kann ich ja immer noch sparen, bis irgendwann nächstes Jahr wieder eine Go-Tour ist im Februar. Oder zum Go-Fest im Juli, August, wie auch immer. Also, ich bin mir noch unschlüssig. Aber ich würde für euch trotzdem erstmal versuchen, da ein bisschen was anzubieten. Vielleicht mache ich auch hier 11 Uhr und 18 Uhr für euch. Und dazwischen für mich. Ich weiß es nicht. Schreibt mal rein, was sind eure Pläne für Samstag. Das ist auch dann das Wochenende, wo Hannes da ist und das Muttertier da ist, weil da auch der Summerslam ist. Das heißt, das Wochenende wird auf jeden Fall fett mit Mega Rayquaza, mit Summerslam, mit Hannes und mit allem drum und dran. Peace out 4Hout, euer Ramses, das kurzes Infovideo. Ich hatte heute eigentlich was anderes. Das verschiebe ich jetzt wieder auf morgen oder übermorgen oder über, über, übermorgen. Keine Ahnung, morgen ist ja eigentlich wieder Raid am Mittwoch. Es wird wieder kompliziert. Peace out 4Hout, euer Ramses. Peace out 4Hout, euer Ramses.